Oh je. Ähm, warte mal. Ich mach mal kurz so. Ich mach da aber so. Okay, so, warte mal kurz die Musik runterregeln. So. Äh, Copyright dürfte ja nicht drauf sein, oder? Ja. Ja, wie gesagt, ich sehe das ja leider so nicht, aber wir machen es einfach mal so. So, warte ab. Ach, für mich die Sekunde, okay, wir machen es einfach so. Was? Wunderbare Schließfächer, 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 Wunderbare Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Ach du wunderschön. Super, 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 super sicher. Super, 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 super sicher. Okay. Das ist... Ja! Ach du Scheiße. Es ist, sagen wir es mal so, wenn ich ein bisschen was Interesse habe, dann höre ich mir das auf jeden Fall an. Beziehungsweise, das ist eigentlich auch das perfekte Lied, um Kaya leiden zu lassen. Luna, du hast mich jetzt gerade auf eine richtig, richtig geile Idee gebracht. Ich weiß, wie ich Kaya das Leben zur Hölle machen kann. Also, ey, ich bin schliebend. Ne? Ne? Reizend hypothetisch gesehen. Das wird sein Lied. Um Kaya leiden zu lassen, das gibt es ein besseres Song. Oh je, was besseres als das? Milchwurzschüss fliegen. Kann ich auch irgendwo sein. Stinkige Sophie. Ja, tu das. Ach du Gott. Wer hat das Fähigkeiten ihren Namen gegeben? Ich habe doch gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Und wer sind die denn? Bösen wir hier... Äh, ja, gucke ich sofort. Ich will nur kurz, ganz kurz wissen, wo sind meine komischen Viecher. Ich brauche... Was war da? Milchwurzelschüssling. Ah, gefunden! Das war auch der letzte Ort, an dem man die Viecher jetzt nicht verschrecken können. Oh je. Biba Bobbycar, ich fahr mit meinem Bobbycar. Biba Bobbycar, es herz und wunderbar. Tja, hurra, mein neues Bobbycar. Hab lange gewartet, jetzt ist es endlich da. Es macht mir Spaß, ich drück die Hupe doll. Mein neues Bobbycar ist treu. Biba Bobbycar, ich fahr mit meinem Bobbycar. Biba Bobbycar. Ach, du grüne Neune. Okay, damit kann ich ihn auch... Ja, okay. Ja, damit kann ich Kai auf jeden Fall mobben. Jopp. Genehmigt. Genehmigt. Oh je. Ah, ist... Jetzt müsste ich zwingen. Ja. Mach das. Ich bin gespannt. Oh nein. Oh. Bobbycar im Ort. Wird auch tanzen können. Nein. Du bist jetzt kein Schmuster. Ich hab ruhig. Mut habe ich für den Schlügel gemacht. Ah, okay. Ei. Komm, lass mich das eine, mach ich hier. Komm, 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 komm. Gut. Ja, äh... Du bist... Kleiner. Das ist ein Schmuster. Komm, hau ab. Ja, das hat gepasst. Jetzt hoffe ich nur, dass Furtis jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt ins Bett muss. Sonst hab ich die Aschkarte. Will ich wissen, was mich jetzt hier erwartet? Bin mir nicht sicher. Oh nein. Frisches! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Bitte sag mir, dass das so ein Scherz war. Bitte sag mir, dass das so ein Scherz war. Ich glaube, dass das so ein Scherz war. Ja, man weiß ja nicht. Ich falle nur zwei mal nach. Oh ja. Na gut, ich muss sie mir jetzt wieder so angucken. Das erste Mal. Plötzlich gehe ich zurück. Ich schaue vorwärts. Solange ich diesmal nicht wieder jemanden habe, der die Gruppe sterben lässt. Das ist alles gut. Bei der Erfahrung gestern hat es mir gereicht. Okay. Hier wird im Abend teure Tagebuch von gestern, weil alle Katzen jetzt noch mal anschauen. Das ist jetzt schwer. Ja, warum nicht? Ich meine, was gibt es Besseres? Du kannst dir ja noch mal die Cutscenes angucken von deiner Lieblingsini. Ich bin mir überrascht, ein bisschen Fotos zu machen. Ja gut, das stimmt. Mach das. Schau ich mir dann gleich nach dem Massaker hier an. Ich bin ja erstmal so die Person, die sich hier einfach mal umguckt. und alle einfach weiter ran. Guck mal an, wo ich hin muss. Wieso? Du hast quê? Ich bin jetzt wie, was Unter著. Das wünsche dir das schon mal eigentlich,해� socialism Visier?! Das ist wirklich ein buddy! Wäh, leg mich. wie ich sterbe. Ich meine, es wäre mir zuzutrauen. Ja, danke. Hallo. Unterheilung. Nee, lass mich weg. Komm mir schon, ich komm mir schon, ich komm mir schon, lass mich nicht zurück. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Konzentration... Kaugut. Eh... Oh! Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, my God. Yep. Look, 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 look! Look, 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 look! What? Wah! Waaah! Juhu! Also... Er freu ja alles nicht. Denn... Jetzt ich einmal quasi ein Stückchen jetzt erinnere. Sochen! Gut. Euch brauche ich dennoch noch. Wie viele brauche ich noch? Zwei. Oh, toll. Mitten in diesem Fate-Bereich jetzt. Okay. Warte. Hier ist noch einer. Genau dich, Boy. So. Okay. Modona. Da ist sowieso kein Weg dran vorbei. So können wir uns da gleich importieren. Teleportieren so. Oh ja ja. Stimmt, hier hatten wir ja auch noch einiges, was wir annehmen wollten. Jupp. Machen wir einmal. Farben, Spiel, das will ich nicht machen gerade. Foto Chaos. Jupp. Alles, was hier jetzt mit diesen ganzen blauen Quests zu tun hat, würde ich gerne einmal alles machen. Kann ja lustig werden. In zwei Jahren sind wir dann auch mal durch. Das war noch einer. Ich weiß, dass man für all das kriegt. Auf jeden Fall Erfahrung. Das Heldenlied von Ultima. Okay. Nett. Ein ganz identisch wirkender Mann. So. Äh, ach so. Äh, so. Äh. Ja. An die Szene kann ich mich gar nicht erinnern. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Du passt so sehr gut ins Bild rein. Ich hatte das eben, äh, ja, etwas vergessen. Tatsächlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das, natürlich. Also ganz ehrlich. Die anderen sind einfach zu dick eingezogen. Jetzt hier hast du eh nie. Die war lustig. Die war eh, die hatte echt was. Die hatte echt was. Das war nur so. Nein. Einfach nur. Nein. Die war cool. So. Wo ist Nebelmoor? Wie blind bin ich? Da ist Nebelmoor. In Richtung, wo wir auch gucken. Das ist Loco, wo ist Nebelmoor. Hui. Oh, ja. Und jetzt mal gegen Pfeiler. Liebe ist zu fliegen. Das ist ein großer Morbol. Nein. Lächeln. Also. Lächeln, die kleine Oren. Oh, mich. Oh, mich. Oh, mich. Was meinst du mit Pfötchen? Ich stehe gerade schon wieder minimal auf den Schlauch. Sorry. Das ist ein Schwitzname für dich. Okay. Okay. Bin ich mit einem verstanden? Okay. Wie geht es denn? Ah, lass die jetzt nicht. Drück mir die Daumen. Mache ich. Mache ich. Weißt du doch, dass ich das eigentlich durchgehend schon mache. Ich renne jetzt nochmal hin. Nochmal hin. Ich glaube, ich habe heute auch noch so die ein oder andere vor mir. Aber ich hoffe, ich komme um die andere da herum. Mag die nicht. Und der letzte. wieder hinten sind die das wird ein Klacks wo sind die? hier ist einer Genau. So, einen brauchen wir noch. Ja, wie ist... Ist er? Oder es? Oder sie? Wie ist... Keiner mehr, den ich suche. Ich bin nicht gut im Suchen und ich bin nicht gut im Warten. Ich sehe den. Nirgends. Das war jetzt von oben. Ich muss hier so etwas, was ich eigentlich nicht will. Okay, oh Gott, was ist das denn nun schon wieder? Ja, das wäre auch eher weniger was für mich, glaube ich. Okay, das... Okay, das... Ja, der ist... Gut, da würde ich mit mir tatsächlich hadern. 24. Mann. Wohlheftig. Wohlhegst du das, wie lange darfst du das... Ich habe das jetzt einfach mal gekonnt überlesen. Okay, ich habe es nicht überlesen. Ist ja gut. Oh, ich mag doch den Käfig. Ich schaff dir nicht. Warte mal, ist das hier nicht das? Ne, da ist das. Das ist einmal komplett da rüber. Ja, dann machen wir dann noch die Aufkommen weiter. Das ist die Kobras. Das ist blau hier. So, gut. Da, 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 da. Oh, hier. Seid ihr hier? Ja, seid ihr. Wunderbar. Oh, einmal. Okay, wo müssen wir hin? Warte. Warte. Anananan. Ach ja. So, falls es wieder die nächste Indie sein sollte. Wollte ich vorher noch mal kurz aufs Klo gehen. Wenn. Wui. Ah, war der Turbogank. Ja, mach ich mal. So, ich weiß es doch. Ja, ha. Ah. Bitte. Ja. Ja, auch schwer, ne? Nee. Muss ich. Ja. So. 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 Da reisen wir noch einmal nach hinten hin. Das war's. Das ist jetzt auch schwer. Ja. Gut. Ich mache hier einmal eine ganz kurze...